Musik Jo Leute, hier ist KrokusTV und heute sind wir mal in der Gommelobby, denn ich habe etwas Wichtiges zu sagen, denn Die Januku hat heute Geburtstag, Happy Birthday an dieser Stelle, Bro. Ich habe ihm so gesagt, ja, dein Geschenk ist leider noch nicht gekommen, denn das muss ich zuerst noch abfären, dieses Geschenk. Und das ist eine kleine Frage wieder an euch, hat jemand Lust oder kann jemand ein Best-of von KrokusTV machen für den lieben Januku als Geburtstagsgeschenk von euch und von mir? Die anderen, bitte schreibt doch in die Kommentare, Hashtag alles Gute oder einfach das, was ihr schreiben wollt, den Januku zum Geburtstag. Ja, wenn diese Folge hier oder dieses Infovideo rauskommen wird, habt ihr sicherlich bereits schon die XXL Bad Wars Folge gesehen von heute. Dort habe ich es nicht hingeschrieben, da die Folge nochmals länger wird oder einfach noch komplizierter zum Schneiden und was weiß ich, zu vielen Themen, bla 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 und so weiter. Jetzt ist es einfach so, ich wollte hierzu ein extra Video machen und einfach ein separates Video. Ich werde auf jeden Fall noch etwas posten auf Instagram und auf der Facebook-Seite. Und Twitter werde ich es wahrscheinlich auch sagen. Und geht auch auf diesen Kanälen vorbeischauen, lasst doch ein Like da unter dieses Video, wenn ihr den Januku alles Gute zum Geburtstag wünschen wollt und den Instagram, Twitter und Facebook. Jetzt wünsche ich euch noch euch einen schönen Tag. Schreibt mir doch das bitte einfach mal in Skype oder sendet mir einfach das Best of mit eurem Minecraft-Namen und eurem YouTube-Namen. Dann werden wir gucken, welches das wir nehmen werden. Und dann hätte ich gesagt, Dankeschön, Adieu, ciao Leute. Happy Birthday, Januku!